So, aber willkommen zu der nächsten Folge von World of Warplanes, Freunde der Sonne. Letzte Folge hat sie leider verrissen in der Aufnahme, daher der abrupte Lendel, die abrupte Lendel. Es folgt ja, es fehlt ja aber auch nicht eine komplette Folge, es fehlt ja der Einflug. So, jetzt ist die Frage, was fliegen wir? Ja, von mir her ist wieder mit einem schweren Jägern, ich habe nämlich meinen schweren Level 3 Jäger gerade für 40.000 Credits aufgerüstet, mit besseren MG, die zwar nur marginal mehr Schaden machen, allerdings eine doppelt so hohe Mündungsgeschwindigkeit haben. Was heißt? Von 500 Meter pro Sekunde auf 900 Meter pro Sekunde. Das heißt mehr Reichweite, oder? Nein, das heißt, es kann sogar sein, dass sie dadurch auch mehr Reichweite haben, aber das ist ein gesammelter Attributspunkt. Aber die Distanz, die du vorhalten musst von einem feindlichen Flugzeug und die Zeit, wie es eine Kugel braucht zum Einschlagen auf das feindliche Flugzeug, ändert sich drastisch. Das heißt zum Beispiel, wenn du eine Mündungsgeschwindigkeit von 900 hast, dann ist es so, dass er weniger lange geradeaus fliegen muss, damit das Vorhalten Sinn macht. Erstens und zweitens mal, der Vorhaltepunkt ist nicht so weit von seinem Flugzeug entfernt. Das bedeutet, die Änderung der Mündungsgeschwindigkeit ist schon sehr, sehr, sehr essentiell. Vor allem halt für den Flugzeug, den Flugzeugkampf, und ich fand, bislang war die Fokker Wolf da schon stark unterlegen. Die jetzt knallen. Sieht aus wie ein leichteres MG, aber das ist ja nicht viel besser. Gut, dann mache ich ein Looping, um hinter dich zu kommen. So. Okay. Neben dem Typ etwas recht von uns, auf 2 Uhr ungefähr, schwerer Jäger. Alles klar, Blenheim F. Regelfahrt nicht überjahr. Er wendet sich, er wendet sich, er wendet sich. Wieder fliegen dann weg. Okay, abdrehen, links rüber auf unsere neuen Kur. A.O. 192 kann sich fast nicht wehren. Hoch. 1.5 entfernt. Ja, ich sehe es. Eine A.O. kann sich kaum wehren, wenn wir die abfangen, denn ich, äh... Ich fliege eine A.O. Oh ja, Baby. Du verlierst die Kontrolle über das Flugzeug. Flieg schneller. Loll, du kackend, dreister Kildi. Du kackend, dreister Kildi. Wie war's? Alter. Weißt du, ich frage mich bei Leuten wie dir, wie du noch nachts schlafen kannst, ey. Ha. Ja, red dir das nur ein. Red dir das nur ein. Ich bin auf dem Weg nach hier. Und ein paar Bodenziele mitnehmen, weil ich hab noch sechs Bomben im Bauch. Du elender, ey. Wie kann man nur so dreist sein? Wie kann man nur so dreist sein? Verstehen? Ziel getroffen. Sturzwinkel zu groß. Wurdenziele zerstört. Boah. Die Bude räumt sich aber echt ab. Killt. Ha. Gönn's dir, mein Freund. Ich gönn's dir, mein Freund. Ich spinn's dir. Zack, zack, zack. Ich hab, ich hab einen am Heck. Wieder hoch. Ah. Flugzeug zerstört. Noch hinter dir. Ich hab einen leichte Jäger. Da kann ich mir leider direkt wieder abziehen. Der Wind kriegt ab. Ich bin nicht ab. Schade. Aber zwei Stunden. Das hier ist schon noch. Da kann ich einfach so ein Skierjäger dazu steigen. Das ist ja dann hier auf jeden Fall. Ja, aber guck mal, ey. Im Trash von Monat ja 1 zu 8 und 2 Minuten. Hätt sich lieber, ey. Ja. Tja. Stickpill, 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 will ich sagen. Was? 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 Oh. Oh. I'm rich. I'm rich. I'm rich. So. Okay. Jetzt gibt's noch die EF-3. Jetzt gibt's die EF. U-U-U-U-U-U. U-U-U-U-U-U. äh ich bin mal wieder auf meinem f3 schreibt es ist echt gut dass man es aussieht ja finde ich sehr solid und wofür sind schlagsflugzeuge da die brauchst du nur zum bodenziel zerstören die sind eigentlich gar nicht so wichtig also zum beispiel die il2 die du da siehst ja die ist schon relativ krass also die hat halt panzerung und strukturpunkte wie sau die ist die rockt echt die scheiße fett zum beispiel was die einsatz gewordenen aus einem anderen team macht die haben einen schweren jäger und zwei il2 ich glaube es ist schon gar nicht mehr schlecht dass die da machen die il2 die hat halt irre viel strukturpunkte saukrasse panzerung und die hat auch jede menge mg das bedeutet mir der verlicht ist wirklich einer mann dann wenn dir einer so plump dreist kommt und von vorne attackiert und zersägst du ihn noch mal in der luft ich bin hier in die richtung ja ich will dich bis gleich vor mir lass dahin unterwegs ok Ich habe mir das Gefühl, mit einer angezogenen Handbremse zu fliegen, weil alle mir vorbeiziehen. Du hast einen Verbündeten getroffen. Du hast einen Verbündeten getroffen. Kumpflug, Kumpflug! Machen Hundekampf draus. Ich bin doch noch bei, Mann. Hundekampf! Hängt beschädigt, manövrierbarkeit eingeschränkt. Da sind drei Frackleile hinter dem Typen, die dir helfen wollen. Kraftleib 83 hat ihr Flugzeug zerstört. Hahahaha! Ich war eigentlich bei den Deutschen gerannt, seitdem war ich auch bei den Deutschen! Nein, war ein Scherz. Ich bin natürlich pro US-Amerlin-Klarer. Es tut mir echt wahnsinnig leid, dass ich Kickabisch habe. Aber ich war echt, in dem Moment, habe ich abgelüten müssen, weil es war eine verdammt blute Gelegenheit. Das war genau eine Linie. Dein Flugzeug, mein Flugzeug, sein Flugzeug fahre ich. Ja. In dem Moment müssen wir das ich dazwischenlegen. Ja. Hätte ihm auch fallen müssen. Aber ich war... Ich muss sagen, ich war zu Frackleile. Ich war einfach zu spitz. Ich habe einfach Bock gehabt. Ich bin Servant zu sehen. Guck, Bruce kann nicht aktiviert werden, aber der bricht der Motor immer mal. Alles klar! Ach, wir sind voraus. Die anderen hatten weg und sagten, aber ganz schwer macht total viele, eigentlich müssen wir die Fisch gefangen. Ach! Ich hab einen Bönschchen daneben geworfen. Wer stellt bitte auf so eine Kugel, die flackt, ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Deine Mama. Deine Mutter. Deine Mama kampiert auf dem Hügel und schießt ihr Flugzeug. Alter, wie es rauskommt, wie ein Output an den schweren Jägern teilweise, scheinbar, die kackt einen richtig zu. Ja. Fand ich das Ziel geordnet. Ah, okay, Schlachtflugzeug, alles klar, den kauft mir. Die kann man wahrscheinlich auf dem Keten noch einsetzen und umstellen. Ja, die musst du aber verdammt geil zielen können. Er muss saublöd sein, nur geradeaus fliegen. Ohne rausfliegen. Ohne das ist schlusslich zu machen. Klar, meine, ziehst du mal rein, was der Typ für eine Panzerung hat, das ist schon nicht mehr normal. Ja. Da spät mir mein Flieger, aber... Alter, Alter, das ist doch vollkommen am Heck. Vollkommen am Heck. Ja, der hüpfte nicht, denn der steigt vor Fähigkeit. Ich bin auf dem Nullschub. Zieh hoch! Zieh hoch! Er bleibt dran, er bleibt dran! Er ist hier nebenan vorbei. Ist jetzt ziemlich tief. Ich bin auf dem Nullschub. Zieh hoch! Zieh hoch! Zieh hoch! Zieh hoch! Weg zu der Schützung! Weg zu der Schützung! Weg zu der Schützung! Ah, fuck! Ich hätte nicht gedacht, dass er es brägt. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass er es brägt. Ich habe gedacht, dass er es brägt. Ich habe gedacht, dass er es brägt. Ich habe gedacht, dass er es brägt. Wie gesagt, da macht es dann schon Sinn. Und da brauchst du dann auch einen schweren Eger. Am besten mit den Maschinenkanonen. Ja, wir treffen nur noch dran. Natürlich. Wir haben jetzt mal dokumentiert, wie das Schlachtflugzeug aushält. Ja, der hat schon abgeschossen, oder? Ja, der hat schon abgeschossen, oder? Kein nicht so schwerer Jäger. Das war auch keine harte Jagd. Das ist ein Frag. Dann haben wir uns vor. Ja, unser Schlachtflugzeug zum Beispiel hat er auch 1,6 gehabt, ne? Was haben wir? Unser Schlachtflugzeug hat 1,6 gehabt. Also, wie gesagt, diese Eel... Eel 6 oder Eel 16 oder was das war, die sind schon verdammt hart. Okay. Hier kann man schon mal rechnen. So, ich muss kurz eine Verbesserung kaufen, schätze ich. Wie viel haben wir noch auf die Folge drauf gedacht? Boah, 1,3,4 etwa. Mir fehlt noch ein bisschen was, dann kann ich mir ja die Verbesserte Version kaufen. Von dem Flugzeugzeug. Die Verbesserte Version. Okay. Praktisch eine Mission ist es noch. Also, das ist ein bisschen verbesserten Rumpf halt. Ja. 73, 79. Hm, 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 hm. Alles klar, komm. Schmeißen wir die Maschinen an und ab geht die Post. So. Die meisten fliegen halt schon Level 5 und Level 1, ne? Das ist so die Hauptstreuung. 4, 5 und 1. Und was du da gerade siehst, meinst du? Ja. Das kann auch sein, dass gerade Level 2 und Level 3 abgeschöpft wurden. Das heißt? Das ist der Pool aller Wartenden. Und aus dem Pool aller Wartenden wird entweder ein 1-2er, 2-3er, 3-4er, 4-5er Schlachtfeld gebildet. Gewicht starten! Ähm... Okay, was kann man denn da... Wo sind wir denn hier? Ich muss hier eine... Ich finde den Hafen, okay. Ähm... Aber es macht gar keinen Sinn, dass ich mein Flugzeug hier aufrüste, weil ich mich eh die ganze Zeit aufgeregt mache. Ich mache eigentlich mehr Sinn, wenn ich auf Level 4 spare, oder? Ich könnte mal denken, aber da hast du zwischendrin echt keinen Spaß. Wieso? Ja, Alter, ich habe jetzt... Also... Hier...